Da unten sind das so drei, vier Häuser. Ja, drei, vier Häuser sind überall so drei, vier Häuser immer mal. Ich bin der größeren Stadt da. Ja, bei der Halle da. Ich weiß nicht, ob das ist, wo ich gerade hinfliege. Ja, ist es. Ah ja, ich bin immer gut. Ich bin immer gut bei der Sache. Das sind wir jetzt wirklich alle vier. Ja, ich gehe in die Lagerhalle. Ich stecke mir den Finger in den Arsch. Chris, nein. Jeder ein Haus, ja. Nein, ich will in das Haus. Was willst du denn? Du warst gerade kurz auf dem Weg. Ja, hallo, ich bin auf dem Feinschirm. Tut mir leid, dass ich dir... Das ist keine Halle. Boah, da kommen so viele an der Lagerhalle runter, ne? Als ob. Ohne Scherz. Ah, ich habe wieder geschmolzene Gebäude. Geil. Ich muss kurz... Ja. Wart nach! Anna, fuck, ich habe... Hier ist ein Typ, aber ich kann nicht schießen, weil ich keine Muni habe. Fuck! Schlag ihn tot. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht irgendwie... Wie kann ich auf die Hand zurückwechseln? Ich habe gerade wixen verstanden. Ich kann nicht auf die Hand zurückwixen. Warte, sind wir bei dir Leute? Ja! Ich habe Standbild. Kannst du mich beschützen? Das ist gut. Kannst du mich beschützen? Hallo. Mario, wo bist du? Hallo. Ich bin aus der Halle rausgerannt. Ja, ich stehe da. Hier sind zu viele Spieler, Mensch. Wo? Ich bin tot. Irgendwer stirbt gerade. Ich habe einen umgebracht. Wie viel ist angehettet? Wow. Wie viel ist nur leicht angehettet? Alles gut. Wo sind Leute? Ich habe einen getötet. In der Lagerhalle noch welche Jungs? Ja, ich stehe da. Ich stehe in der Lagerhalle. Hallo? Hallo. Ich komme in die Halle, ja. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist weiter. Bei mir geht es. Ich habe bloß keine Wache. Jetzt ist echt ein Echt in dieser flamten Lagerhalle. Der war vorhin zwei Leute. Ich habe einen umgebracht, aber der war glatt, dann hat jemand hier mit. Wo Biefi ist, ist was zum Looten. Diesmal sind wir richtig schlecht ausgestattet. Ey, aber ich habe schon Kill. Ich will auch gleich für drei Kill, okay? Sollen wir da vorne in diese Riesenschwein? Okay, Michi. Also, dass ich drei Kill bekomme noch, ne? Nee, geht mal ruhig vor mir, ja? Okay? Okay. Ich gehe rückwärts. Warum? Ich wollte nur für drei Kill sagen. Ja, ich dachte, dass ich drei Kill bekomme. Ach so, in der Stadt. In der Stadt. Drei Kill, das ist. Da bringe ich die Beine um, dann habe ich drei. Hallo. Ja, okay, okay. Also, du machst zwei Kill, ich mache einen Kill, okay. Passt auch. Okay. Okay. Ne? So, Erweiterung für die Schott. Oh, 9 mm Muni. Ah, brauche ich mal. Ich, ich laufe jetzt ganze Zeit mit der Skar rum und tue so, als ob da Muni drin war, okay? Okay. Und dann ist ein Buggy. Den Krieg könnte unser Tod bedeuten. Ja, aber wir können uns auch, wir können auch erstmal in der Küste noch bleiben. Ja, entweder wir schwimmen, wir gehen drüber, wir schwimmen drüber oder wir fahren drüber mit meinem Boot. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht fallen, weil, Chris, das ist die Küste, die hängt da unten, wo wir beide drauf hängen. Ich meine, vielleicht haben wir Glück und finden ein Boot unten. Okay, die Frage ist, wie kommen wir jetzt da rüber? Ich hoffe, wir finden ein Boot, aber ich vermute... Wir müssen noch irgendwo runterkommen, ohne Fallschaden zu kommen. Äh, das wird eher schwierig. Kann man da wirklich durchschwimmen? Ja, da kann man durchschwimmen und auf der anderen Seite ist alles gut. Aber hier gibt's kein Boot und hier geht es da runter. Also, ich habe eh keine Chance mehr. Ich muss hier runter. Da brauche ich jetzt mal zumindest erstmal in der Zone. Ich weiß nicht, wie weit ich nach vorne springen kann. Das ist jetzt ein Jump Band Run, was du da draußen gemacht hast, oder? Fuck! Alter, ich habe überlebt, ich habe überlebt. Wow. Ich finde es ja risky. Aber man stirbt hier fast. Also, okay, kein Fallschaden. Ich muss erstmal meine kompletten Verbände hier nicht. Also, meine Route ist voll sicher. Ja, ich folge Leo Chris. Also, Mario, was nimmst du denn für komische Routen? Ja, jetzt ein Boot zu haben, das wäre fantastisch. Wollen wir schwimmen? Ey, da müssen wir wohl. Bevor die neue Zone kommt. Ich bin unten ohne Fallschaden. Ja, ich weiß nicht, was Mario macht. Oder hab ich nicht gesehen, dass da noch irgendwo weiter runter geht. Aber warum, kann mir bitte einer sagen, warum da noch so viele leben? Das ist doch eigentlich nicht möglich. Was? Äh, Hände und Schüsse. Von hinten. Oh Gott, Womchi, warum auf mich? Warum auf mich? Ja, tauchen geht. Du musst runtergucken. Alter, wo sind die? Ah, also, die sind alle oben noch. Zwei Leute, glaube ich. Ein oder zwei Leute. Neue Zone, sind wir gleich dran. Alter, der Baller kann auf mich, ne? Mischen, die kommen wieder hoch. Hochgucken. Hochschwimmen einfach. Alter, die schießen immer noch. Das funktioniert überhaupt nicht mit Maus runter oder so. Es ist nur die Perspektive, die du veränderst, aber du taust selber nicht. Ne, links klick dann noch. Ja, runtergucken. Ich muss gar nicht, ich muss gar nicht machen. Ich tue einfach so schwimmen. Äh, wie komm ich wieder hoch? Ah, ich bin wieder hoch. Ich bin wieder hoch. Ich dachte, ich wäre noch im Wasser. Äh, aber sonst, die schießen auf uns, ne? Aber die sind jetzt, die kommen jetzt so in die, äh, raus aus der Zone, also die, ähm. Ich glaub, da hinten ist ein Boot. Ja, ich sehe es auch. Oh Gott, die schießen immer noch auf mich, die schießen immer noch auf mich. Ja, auf mich auch und ich bin gleich down. Heil dich doch mal. Hä? Scheiße. Ich sag, heil dich doch mal mit dem Verband. Das war nicht witzig. Entschuldigung. Was? Chaka Maker wurde aus dem Spielbereich geschlagen? Oha. Ja, da oben. Hallo. Ein Boot überrollt mich gleich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es ist über mir hinweg gefahren. Ich kann nicht tauchen. Ähm. Es dreht wieder. Das Boot dreht wieder. Ah. Kannst du tauchen? Wie kann man nach unten gucken? Na unten gucken. Na unten gucken. Ja, es geht bei mir einfach nicht. Bei mir ist das nur die Kammerperspektive nicht ändern. Das ist ein einzelner, ne? Ich weiß es nicht. Es wollte mich überfahren. Ich bin grad noch getauscht. Also, ich hab da mindestens drei Stück drin gesehen. Willst du mich verarschen? Drei Stück? Ich hab auf einmal nach rechts geguckt und dann kam das. Ah, Mario. Ich bin gleich beim Boot. Na, sag mal das geht, ne? Ins Boot jetzt rein ist glaube ich selbst nicht. Alter, das ist einfach. Warum? Weil die Zypsechtern sind. Weil sie nicht lange das braucht. Michi, wir haben's überlebt. Nein. Kommt, Chris. Kommt, kommt jetzt. Wollen wir echt ins Boot? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, dann nicht. Ne, ganz ehrlich. Komm, wir sind, ihr seid, ihr seid das Zielteam, die sind das, äh, wir sind das Arme. Ich komme aus. Ich will mir diesen verdammten noch ein bisschen Container holen. Michi und Dexter. Den kriegst du in dieses Selbstmord. Ne, ich würd da wirklich nicht hingehen. Da gehen aber jetzt fast alle hin. Der ist zu weit mit dich. Okay, Christian. War schön mit dir. Irgendwie lockt mich das. Christiane, du bist doch unser Sniper, oder? Ja, theoretisch. Ich hab jetzt ein vierfaches. Okay, das ist nah. Das ist sehr nah. Hier haben wir nur das kleine Fenster. Das wär geil für'n Sniper. Oh. Schüsse. Habt ihr getrennt den Auge? Ja, aber am besten ist, guckt nur einer nach unten, ne? Ja, äh, Mario, guckst du nach unten, ich guck's Fenster drauf. Ja, ja. Aber pass auf, da ist ein Fenster unten, ne? Ah, ich muss... Ich hab da auch ein Fenster. Scheiß, ich weiß, wo die sind. Bei den Bäumen. Bei welchen? Bei welchen? Alter. Es ist ein riesen Wald, ne? Ich stehe dir im Wald vor, Leute, bei Bäumen. Nein, ich krieg die nicht. Scheiße. Ich hab gar nicht meine Position verraten. Komm zurück. Jetzt ist Kuscheln angesagt. Position, weil ich... Ah, da oben ist einer. Oh, was? Wow. Das war ein Einschlag bei uns. Oh, ach so, der dachte wahrscheinlich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ich komm rein. Ich komm rein. Ja, komm. Ja, komm. Komm hoch, dann, komm. Komm bitte hoch, dann, eram. Boah, das geht mit so nerursache. Lass mich rein! Ich kann mich nicht hinlegen hier. Wow. Chris ist fast down. Kann, komm hol Ganz zu information tipo, da. Bleibt da genau. Schieße die hier rein, oder was? Ja, ich glaub ja. Digga! Ah, da oben steht einer hinterm Baum. Wenn nur er eine Weste hat, wenn nur er und Syd race wirklich noch eine. Kamon, guck dich auch, dass du den Wir haben doch einen Sniper, kann der das sich nicht rumgucken? Mario, kannst du ihn heute unten? Ich leg mich hier unten. Wenn er hochkommt, ist er weg. Ja, Problem ist, wenn er eine Granat oder so hochschmeißen. Ja, ich kann nichts machen, weil... Hat einer das Fenster noch einen Blick. Okay, ich guck durch das Fenster. Sichert ihr nur meinen Hintern. Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Ja, ich hab den vertrieben. Ich hab ihn leider nicht getroffen. Ein bisschen kehlen und dann... Nein, wir müssen hier raus. Ja, wo wollt ihr denn hin? In das Haus da, wo... Ja, sollen wir hier drin bleiben? Das ist doch auch Selbstmord. Ja, wir können doch hier noch in die Ecke, da geht's... Nee, geht's nicht mehr. Geht leider nicht. Das komplette Haus ist nicht safe. Wow, 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 was geht hier ab? Also, runter, Jungs. Geht hier nicht. Zehn Sekunden, dann ist die Zone gleich bei uns schon direkt. Sollen wir in das andere Haus gehen? Ja, wenn wir das schaffen... Oh, komm, weg, 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 weg! Meine Fresse. Okay, nach links, nach links. Rennt, rennt, rennt. Streifschuss. Von der anderen Seite. Michi, lass auf mich, komm rein. Ja, danke. Alter Schwede. Mach zu, mach zu, mach zu. Und bück dich. Bück dich. Von oben, bück dich. Eine Granate und wir sind down. Also, hinter uns ist der Hügel oben, ne, Mario? Ja, ich komm hier nochmal grad in die Gegend. Ähm. Ah, fuck. Wir sind am Arsch hier. Wir gehen drauf, gleich. Fuck. Michi, hast du noch was? Nee, ne? Nein, 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 nein! Ich soll eben! Michi, schmeiß das die Granate raus. Mann, ich wollte grad Schmerzen bitte nehmen. Nein, nicht die Granate. Fuck, nein. Nein. Nein, fuck! Wo ist denn der Sniper? Jungs, seht ihr uns grad zu, Jungs? Die sind von allen Seiten. Es ist nicht ein Sniper, es sind mehrere Sniper. Jungs, seht ihr uns grad zu? Ja! Was ist das Problem, wenn er in der Mitte hieß? Die Glasscheiben und die Schüsse, Jungs. Michi! Michi! Ich schmeiß jetzt einfach ne Splittergranate hier rein, dann hat uns keiner... Nein, wir müssen hier gleich raus. Oh Mann! Ich hab nur ne Blendgranate. Ja, hier, nehm die, ich nehm die, Michi. Hast du ne Rauchgranate? Splittergranate. Splitter hab ich auch noch. Splitter hab ich auch noch. Ich mein, hast du ne Rauchgranate? Mach mal die Tür auf kurz. Mann, ich... Hast du eine? Hätt ich bloß nicht die Schmerzmittel nehmen wollen. Da ist aber gar keiner. Wir müssen hier raus, Mensch. Ach, Quatsch Michi. Ach, Michi noch. Ey, wollt ihr mich nicht routen? Wurter. Ey, ich hab, ich hab Verbände, ne? Seitlich, seitlich, seitlich. Seitlich, seitlich. Sieben Leute noch. Ist ausgestiegen. Nein! Ich hab sie aber gehittet. Ich kann nicht nicht. Es geht nicht. Ja, ich bin tot. Aber ich hab sie gehittet. Versuch sie zu killen. Links, links, links. Links, links, links. Ja, er sieht sie, er sieht sie, er sieht sie. Seid hinter dir der Baum. Er sieht sie, er sieht sie. Auf dem Feld. Er sieht sie. Ich sehe da zwei aktuell, ja. Also noch vier Leute. Das heißt, die zwei und zwei andere. Oder versuch rechts durchzurennen. Ich würd auf keinen Fall jetzt rennen. Michi, lehn dich nach links. Hinterm Baum vorbei. Rechts, rechts, rechts rennt einer hoch. Rechts, rechts rennt einer hoch. Kümmere dich um den Linken. Klar, rechts. Michi, du triffst doch nicht, oder? Sorry. Ja, es ist vielleicht bei ihm anders. Ah, schau. Ich dachte, ich treffe. Ey, Team Rang 3. Ey, Team Rang 3. Ey. Team Rang gestiegen und letzt überleben. Alter, nice. Fünfter Platz. Wuhu. Geil. Richtig geil, Alter. Ja, das Beste heute, ne? Als Team Rang. Das war jetzt... Oh, die Zone kommt gut. Zum Abschluss nochmal die Krönung hier. Ah ja, ich fand es schon geil, wie die Schüsse bei uns auch entfallen. Wie wir da drin gesessen haben und... Ich rein, Bifi rein, auf einmal gehen die ganzen Fenster über. Ne, ne, ne. Man muss dazu sagen, Michi rein, Bifi, renn. Ich hab dir nicht geholfen. Lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Äh, mach die Tür zu. Richtig assi. Ja, Michi ist halt ein assi YouTuber, ne? Ja. Ja. Tut's jetzt ein Team jetzt die Tür zuschleifen. In diesem einzelnen Haus so, dass... Zwischen den beiden... Ja, wo du bist nicht so weit weg, also... Ja, 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 ja. Und der Hardware ist ja nicht. Hier ist ein Bunker. Genau, hier ist ein Bunker. Echt jetzt? Ist ein Bunker? Ja, ja, ja. Ah, Mann, das ist doch kein Bunker. Kein Bunker, kein Bunker, kein Bunker. Schade. Ja, das sieht aus. Ja, genau, von oben saß wirklich aus wie ein Bunker. Auch Granate? Ist ein Prank. Äh, überall gefahren, scheiße. Schnellwechsel mal. Da kannst du immer diese Apo. Das heißt Red. Die sind auch gut in der Zone drin. Äh, habt ihr das? Nein. Was? Ihr durft mich looten. Ihr durft mich looten. Bist du rausgeflogen? Jo. Ja, wir... Wir müssen ihn umbringen, ne? Das weißt du. Musste Steven vorhin machen. Ich bring ihn nicht um. Naja, ist okay. Könnte ruhig machen. In der Zeit kann ich mir ja vielleicht mal ein Stück Kuchen holen. Also, bist du wirklich rausgeflogen? Ja, ich bin weg. Nein. Tut mir leid, Leute. Aber wenigstens konnte ich für ein Blut sammeln. Ey, ich will auch hier ein bisschen gucken. Schalldämpfer. Passt nicht, oder? Ja, wir gehen richtig. Ich... Ich meine, es kriegt Blut an meinen Fingern, ey. Vor allem krieg ich jetzt irgendwie Minusgeld, oder so? Ich glaube, dass ich jetzt Mario umgebracht hab. Wie zuweil war, warum hab ich ihn eigentlich nicht... Oh Gott, oh Gott, mich hier lauf, 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 lauf. Ja, wir reden da rum, dass Minuspunkte gibt. Ja, du... Und dass du einen deiner Freunde gekillt hast, ist... Das ist egal, aber Minuspunkte wäre ja schon. Ja, du warst ja quasi schon Hirntot. Also Minuspunkte ist schlimm, aber dass du jetzt tot bist, ist nicht schlimm. Ich meine... Alles geht doch so, ne? Ich hab eine so quasi aktive Sterbehelfeltebetriebe, okay? Ja. Also Chris meinte vorhin, Gott sei Dank ist Mario tot. Oh Gott, ich bin da noch vollfett in der roten Zone drin. Ne, Chris meintest du doch vorher nur, warst ja froh, dass Mario tot war. Genau. Ja, erst mal er froh, da hat er gemerkt, ich hab doch nichts Sichtiges dabei. Ja. Da meinte er, fuck, jetzt hab ich zwei Schuss, drei Schuss. In der Stadt, in der Stadt wird geschossen. Okay. Ähm. War das auf dich? Glauben nicht, aber der war ziemlich nah. Ähm. Ich hab irgendwie das... Okay. Okay. Glauben nicht auf dir, würd ich sagen. Ich behaupte, er ging auf dich, oder? Ey, immer auf mich, ey. Ah. Wollen wir reingehen? Moment, ich muss mal grad heilen. Kommt auch vor, wenn man die Te-Mates killt. Halt die Fresse! Halt da die Fresse! Der neue Kreis, aber wir sind drin im neuen Kreis. Okay. I don't know. Hier ist einer! Dreck bei mir! Der ist drin. Nein, der ist nicht drin. Huh? Kümmer, das ein zwei. Fuck it. Komm, komm, von hinten, von hinten! Lass ihn leere! Ach komm, das waren drei! Ja, ich war halt schon down, ne? Nein, das waren drei Leute, das war das Problem. Ich hab einen von denen erwischt. Fuck, ich war auf dem anderen drauf, aber dann kam der zweite. Und das war das Problem, wir haben blieben, ja genau. Bei mir waren es drei Leute. Ich hab den einen erwischt, den zweiten angehtet, und dann kam halt einer von der anderen Seite. Ich hab auch einen geballert, aber zwei standen vorher. Die waren aber auch alle von der Seite, wo ich stand, ne? Zwei! Und der dritte kam von drüben. Ich hab den nur durch die Wand packen gesehen, ne? Bei mir, ich guck so, ich dachte so, jetzt gleich kommen sie, ne? Und ich hab einfach gewartet, bis sie reinkommen, und dann haben sie dich halt umgeschossen. Ich dachte so, hä? Bei mir ist nämlich einer die ganze Zeit, die Waffe ist durch die Wand gebackt. Und ich dachte so, ja, der kommt nicht rein, ne? Der steht irgendwie da an der Ecke und wartet. Deshalb hab ich ja so lange gewartet, und dann kam nix. Und dann bist du gestorben. Okay, gut, dann würde ich sagen, können wir weiterspielen, ne? Also mit Mario. Juhu! Yeee! Ahem! 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 Ahem. Ahem. Ahem! 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 Untertitelung des ZDF, 2020